Dieser ältere Mann wird zum Star, obwohl das hier echt knapp war. Bei meinem Musikvideo muss jeder unterschreiben, der mit dabei ist. Es ist nämlich echt verdammt geil geworden. Viele Fans waren da und halt eben auch dieser ältere Mann. Skills mit den Rollschuhen, nicht schlecht. Den hab ich direkt für mein Musikvideo eingekauft. Er hat ja erst gar nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Aber dann haben wir zusammen Skills probiert und das war echt brenzlig. Fast über die Box gestolpert. Schaut euch jetzt mein neues Musikvideo an, um die richtige Action zu sehen.